Herr Seibert, als Regierungssprecher, da sind Sie täglich mit der Kanzlerin in Kontakt. Wie sehr freut die sich eigentlich auf das G20-Treffen, wenn das überhaupt eine Kategorie in der hohen Politik ist? Ja, man kann sagen, sie freut sich. Sie weiß aber auch, dass das zwei sehr anstrengende, zwei sehr intensive Tage sein werden. Und sie hofft natürlich, wie wir alle in der Bundesregierung, dass es Tage mit einem produktiven Ergebnis sind. Sie freut sich aber auf die Begegnung mit den vielen Staats- und Regierungschefs. Und zu welchen Themenkomplexen erwarten Sie am Ende tatsächlich wichtige Entscheidungen, die im Abschlusskommuniqué vorkommen werden? Naja, die Themenbreite bei G20 ist natürlich ziemlich groß. Angefangen hat das alles mal mit wirtschafts- und finanzpolitischen und mit Handelsthemen. Die gibt es immer noch, das ist sozusagen der klassische Kern. Aber es ist sehr viel dazugekommen und jede Präsidentschaft kann auch ihre Schwerpunkte setzen. Deutschland hat in diesem Jahr mit der Präsidentschaft einen besonderen Schwerpunkt auf Afrika gesetzt. Es hat jetzt zum ersten Mal eine G20-Afrika-Konferenz gegeben. Wir versuchen, Wege zu einer neuen Partnerschaft mit Afrika zu finden. Und das soll auch konkreten Niederschlag finden. Für uns ist das Thema Gesundheit sehr wichtig. Also die Weltgesundheitsstrukturen. Ausgehend von der Tatsache, dass Ebola uns gezeigt hat, wie verletzlich wir alle sind. Wie sehr eine solche Pandemie die Entwicklungsfortschritte in einzelnen westafrikanischen Ländern um Jahre zurückwerfen kann. Und wie langsam die Welt darauf reagiert hat. Das muss besser werden, denn wir wissen, leider es wird solche Vorfälle wieder geben. Und wir müssen besser darauf vorbereitet sein. Und daran zum Beispiel arbeiten wir. Ich könnte jetzt noch die Stärkung von Frauen in den Entwicklungsländern nennen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dort, wo Frauen gleichberechtigt sind, wo sie ihre eigenen wirtschaftlichen Chancen haben, läuft die Entwicklung im ganzen Land besser. Das heißt, es gibt konkrete Programme, um die Bildung von Frauen in diesen Ländern und ihre wirtschaftliche Tätigkeit zu verbessern. Und diese Themenkomplexe, die werden jetzt alle schon besprochen. Im Hintergrund von sogenannten Sherpas, also von so hohen Diplomaten im Auftrag ihrer Regierungschefs. Die können das in zwei Tagen hier ja alles gar nicht abarbeiten. Aber welchen Einfluss haben die am Ende tatsächlich noch? Können in diesen zwei Tagen noch Dinge entschieden werden, die dann ins Abschlusskommuniqué kommen? Oder ist das schon fertig geschrieben? Naja, das, was Sie sagen, ist sehr wichtig. Und ich glaube, das ist wichtig, dass die Leute das auch verstehen. G20 ist jetzt nicht 48 Stunden in Hamburg. Das ist der Schlusspunkt. Aber es ist eigentlich eine monatelange Arbeit mit vielen Treffen. Der Minister der 20 Staaten, der Sherpas, Sie haben es gesagt, also der Berater. Ganz intensiven Treffen, auch der Bundeskanzlerin mit einzelnen Gruppen, Gewerkschaften, Wissenschaftlern, Jugendlichen und so weiter. Und das wird also Stück für Stück im Prozess, im Dialogprozess im Grunde vorangetrieben. Und trotzdem ist dann in diesen zwei Tagen natürlich die Begegnung der Staats- und Regierungschefs miteinander nochmal sehr wichtig, um das ein oder andere unter Dach und Fach zu bringen. Das ist schon wichtig. Also das Abschlussdokument ist noch nicht geschrieben. Da kann noch was geändert werden. Das ist noch nicht geschrieben. Es hat auch die letzte entscheidende Sherpasitzung noch gar nicht stattgefunden. Das ist Anfang nächster Woche. Insofern sind wir auf der Zielgeraden, organisatorisch wie politisch, aber noch nicht fertig. Können Sie denn schon absehen oder schon sagen, wen die Kanzlerin unter vier Augen treffen wird und wen vielleicht eher nicht? Also erstens mal gibt es da niemanden, den sie nicht treffen möchte. Das ist schon mal ganz klar. Aber sie wird nicht alle unter vier Augen treffen können. Trotzdem sind diese G20-Gipfel auch immer eine Gelegenheit, ganz viele Begegnungen am Rande zu machen. Manche nur so en passant und man geht mal zusammen in die Ecke und spricht fünf Minuten miteinander und manche wirklich eine halbe Stunde intensives miteinander reden in einem separaten Raum. Das ergibt sich aus dem Fluss der Veranstaltung. Ich kann Ihnen das jetzt noch nicht sagen. Drei Namen, an denen sich immer wieder Kritik hier gerade auch in Hamburg festmacht. Das sind Erdogan, Putin und Trump. Wie viel Verständnis haben Sie für Menschen, die vielleicht Ihre Stadt Hamburg nicht als Bühne für diese drei hergeben möchten? Zunächst mal, G20 ist ein Format, in dem Staaten miteinander, Regierungen miteinander reden, die politisch zum Teil sehr unterschiedlich sind. Und China, Russland sind nicht nach unserer Vorstellung Demokratien. Und trotzdem sind sie enorm wichtige Länder, sind Länder, mit denen wir versuchen, gemeinsame Interessen zu finden. Und deswegen reden wir auch mit ihnen. Das ist auch gut und richtig. Ich habe Verständnis für jeden, der an der Politik der G20 oder an diesem Format insgesamt Kritik übt. Aber nur dann, wenn er es friedlich macht. Und ich glaube, man muss ganz klar sagen, das wird ein Gipfel sein, bei dem die Zivilgesellschaft auch die kritische ihre Stimme hat. Sie wird, es gibt glaube ich 25 oder 27 angemeldete Demonstrationsveranstaltungen. Gut so kann ich sagen im demokratischen Sinne. Sofern sie friedlich bleiben, ist das das, was das Grundgesetz jedem Bürger als Recht gibt. Wer nicht friedlich ist, wer Gewalt ausübt, der hat diesen Schutz unserer Demokratie und unseres Grundgesetzes nicht. Und der hat ihn auch nicht verdient. Es wird so ein fast schon historisches Zusammentreffen von Putin und Trump hier in Hamburg erstmals geben. Da wird natürlich die Welt drauf schauen. Stört das so ein Treffen ein bisschen? Lenkt das von den Themen ab, dass sich dort zwei Alphatiere treffen und die Welt guckt drauf? Nein, das stört und lenkt nicht ab. Wenn es zustande kommt, ist das ein wichtiges Treffen, denn ich glaube, das ist dann das erste Treffen eines amerikanischen Präsidenten und eines russischen Präsidenten seit zwei Jahren. Das sind Länder, ohne die beispielsweise in Syrien kein Frieden zu machen sein wird. Und das ist nur ein Beispiel. Und deswegen ist es für uns sehr wichtig, für uns alle in der Welt sehr wichtig, dass diese beiden Länder miteinander im Gespräch sind und dass sie ihre erheblichen Einsatzmöglichkeiten, Einflussmöglichkeiten auch für das Gute, für den Frieden und die Stabilität nutzen. Welche Rolle spielt bei so einem Treffen eigentlich das Abendprogramm? Man redet hier immer viel davon, dass in der Elbphilharmonie ein großes Konzert gegeben wird. Alle werden mit dabei sein. Soll hier eigentlich ein Arbeitstreffen sein und nicht abends mal schnell ein Konzert gucken, oder? Ja, machen Sie sich aber auch gar keine Sorgen. Es wird sogar ein sehr intensives Arbeitstreffen sein mit vielen mehrstündigen Arbeitssitzungen zu komplizierten Themen. Trotzdem ist es auch ein Wert an sich, wenn Hamburg sich mit seiner wunderbaren Elbphilharmonie am Abend den Staats- und Regierungschefs und auch ihren Partnern präsentiert. Wenn wir eine Stunde lang Beethovens Neunte hören, ein Großwerk deutscher Klassik. Ich glaube, das gehört auch dazu, dass wir uns ein bisschen präsentieren als das Land, das wir sind, mit einer fantastischen, modernen Architektur und einem wichtigen Stück unseres klassischen Kulturschatzes. Und auch solche Treffen tragen natürlich dazu bei, dass eine Atmosphäre entsteht, in der miteinander geredet werden kann, in der vielleicht auch Begegnungen möglich sind, die bei so einem ganz normalen Treffen von politischen Delegationen nicht geschehen. Viele Anwohner, die sind jetzt schon ein bisschen angefressen. Da gibt es manchmal so Probefahrten der Polizei im Stadtgebiet. Da kommt es jetzt schon zu Verkehrsbehinderungen. Viele Helikopter sind in der Luft. Was sagen Sie denen? Versuchen Sie, die noch auf die G20-Seite zu ziehen? Wenn ja, wie? Also ich werbe bei denen um Verständnis dafür, dass ein solches Großereignis nicht ohne Sicherheitsvorkehrungen möglich ist. Die Polizei Hamburg, unterstützt von den Kräften des Bundes, hat die schwierige, herausfordernde Aufgabe, nicht nur diesen Gipfel zu schützen, sondern natürlich auch die Hamburgerinnen und Hamburger zu schützen. Und die vielen angemeldeten, friedlichen, demokratischen Demonstrationen. Also das Demonstrationsrecht der Bürger, auch das wird geschützt. Ich bin ganz sicher, Sie tun das mit einem Minimum an Aufwand, also mit dem Aufwand, der notwendig ist, um das Ziel zu erreichen. Aber immer mit dem Gedanken im Kopf, dass Sie die Belastungen für die Bürger so klein und so vorübergehend wie möglich halten wollen. Können denn interessierte Bürger auch mal irgendwo die Staats- und Regierungschefs wirklich sehen? Oder wird das dann doch nur in der Zeitung und im Fernsehen der Fall sein? Da müsste ich jetzt nachdenken, was die genauen Routen sind. Natürlich fahren die Staats- und Regierungschefs zwischen ihren Hotels und dem Messezentrum hier und dann auch der Elbphilharmonie hin und her. Aber ich denke schon, dass Bürger das auch sehen können. Den besseren Blick wird man wahrscheinlich im Fernsehen haben. Das ist schon so. Abschließend, wie sollten denn die Hamburgerinnen, Hamburger und die ganzen Norddeutschen diesen G20-Gipfel mal in Erinnerung behalten? Abgesehen davon, dass hier sehr viel Polizei unterwegs ist, viele Demonstrationen, vielleicht sogar es Krawalle geben wird. Na gut, ich hoffe, es gibt keine Krawalle. Ich hoffe, dass die Menschen die Vernunft bewahren und nicht die Demokratie sozusagen missbrauchen. Ich hoffe, dass die große Mehrheit der Menschen am Samstagabend sagen wird, okay, das war in einzelnen Punkten wichtig für die Welt. Da ist auch was in einzelnen Punkten erreicht worden. Hoffentlich machen die in diesem Sinne weiter. Es ist wichtig, dass die Staaten miteinander sprechen und nicht nationale Alleingänge probieren. Und für die Stadt war es auch eine Gelegenheit, sich wirklich mal sagen, in all ihrer Schönheit, bei hoffentlich ordentlichem Wetter, da ist man in Hamburg immer nicht so ganz sicher, in all ihrer Schönheit zu präsentieren. Und ich hoffe, die meisten werden sagen, gut, das hatten wir jetzt, aber wir können eigentlich auch damit zufrieden sein. Vielen Dank für das Gespräch, Steffen Seibert. Danke. Danke.